Was ist das für ein scheiß Logo, hä? Was ist das für ein scheiß Logo? Bigas! Wer hat das überhaupt gemacht? Ich hab dir gesagt, du sollst nicht hier hinkommen. Das scheiß Kanake Issa? Ich hab nicht gesagt, hol dir ein neues Auto und komm hier hin. Verstehst du das nicht, du kleiner Spinner? Bin ich mit dem Logo verheiratet, oder was? Verheiratet noch nicht. Aber Dalani, fick dich jeden Tag! Jeden Tag! Bigas Tankstelle Mülheim! Filmen euch bei Pissen! Warum verkaufst du diese fucking Teeps immer noch? Du bist auch noch so dumm, dass du's nicht hinkriegst, nicht im Internet so oft zu tauchen. Fuck, fuck, fuckverfickte Scheiße nochmal! Mann! Wenn dieser Wichser aus Berlin dieses Video irgendwo im Internet findet, dann taucht er garantiert dir auf, Mann! Weißt du was, wie die ganze Zeitfrage du willst? Gibt's ja eigentlich Luschwänze für dich in diesem Graf? Wie ehrelos kann man eigentlich sein, ne? Weißt du, was dein Problem ist? Du bist halt vergesslicher, Nick! Ich will gut sein! Vielleicht bist du einfach nur ein Nigger, der seine Fresse nicht halten kann! Du willst gut sein! Und wann bist du behindert? Ist das eine Diskotheke oder was? Birol ist kein braver Gastarbeiter, der Taxi fährt und sich ne Tanke gekauft hat! Dein Chef macht Dinge, die er alles zerschießen will! Ja, vergiss nicht morgen, ha? Acht ohne Tanke zu sein, oder Götter? Dann nehm ich die kleine Fatze in die Falle locken! Der warst ein Hurensohn! Vielleicht platz ich in den Laden rein wie eine Bombe! Wollten sie mit mir und Nieler Hochzeitstag feiern oder was? Runter vom Rumpf! Wir nehmen diesen Laden hoch! Du und ich zusammen! Hast du getankt? Du hast vergessen, wo du herkommst! Ich weiß ganz genau, wo ich herkomm, okay? Man, Gil, such dir doch irgendwas anderes! Kannst du dir nicht merken, dass was ich hier gesagt habe, du kleine Affo oder was? Hier ist sowieso bald alles tot! Was ist jetzt mit Chris? Ihr Ex, der bekommt nen Denkzettel von uns! Du machst mit der Knarre bisschen Angst, aber übertreib es nicht! Jeden letzten Montag im Monat! So seit paar Jahren! Dein Onkel ist ein Arschloch, vergiss das nicht! Er muss unsere Regeln lernen! Ich check's, was du sagst! Warum, mich juckt das nicht! Ach so! Soll ich den Ball aber nicht laden, oder was? Die Waffe wird nicht geladen! Mama, was bist du für ne Frau? Fick dich, Sisa! Oder gefick dich! Mein Nigel, mit viel Geld! In diesem Land ist nicht normal! Nein! Ich will nicht mal normal sein, hier in diesem Land, okay? Ich will alles! Alles! Sag diesem Bastard, er ist herzlich willkommen! Mitten in der Nacht, bin unterwegs, wollte ein Drehen, hab keine Papes, lädt in dich für spät, die zu spät, also such ich einen Platz, wo noch irgendwas geht, letzte Option ist die Tanke, immer geöffnet wie Schlampe! Nein! Nein! Tanke, leuchtet den Nacht wie iPad, rennen den Laden hoch! Scheißdreifeln sind Flaschen, nur dein Eispack holt ein Joint und fliegt bei mir, du bist am Heiden, keine Zeit, jetzt kurz dein Ton wie bei Mike Jack!